Dies ist die Geschichte von Herrn Engel, der mit Minol zum Schutzengel seiner Mieter wird, und von Herrn Geetschon, der das leider nicht schafft. In der vergangenen Nacht wurden die Bewohner eines Wohnkomplexes in Glückstadt von einem Feuer überrascht, das vermutlich durch Unachtsamkeit entstand. Dank der installierten Rauchwarnmelder konnten sich jedoch alle Mieter rechtzeitig vor den Flammen retten. Herr Engel und Herr Geetschon wollen nun auch Rauchwarnmelder in ihren Wohnungen installieren. Herr Engel verlässt sich dabei auf die Profis von Minol. Und Herr Geetschon beauftragt seinen Hausmeister damit, neben seinen alltäglichen Pflichten Rauchwarnmelder in allen Wohnungen anzubringen. Während Herr Engel in einem Gespräch mit seinem persönlichen Ansprechpartner bei Minol zum Beispiel erfährt, dass der Minol-Service nicht nur die jährliche Sicht- und Funktionsprüfung, sondern auch die Dokumentation und Archivierung im Minol-Kundenportal umfasst, bleibt Herrn Geetschons Hausmeister ganz auf sich alleine gestellt und ahnt nichts von den Schwierigkeiten, die noch auf ihn zukommen werden. Denn bei der fachgerechten Montage der Rauchwarnmelder gibt es einiges zu beachten. In Küchen sind Rauchwarnmelder beispielsweise genauso viel am Platz wie in Bädern, in der Nähe von Luftschächten oder in starker Zugluft. Montiert werden sollten sie hingegen in Wohnräumen wie Schlaf- und Kinderzimmern sowie in Fluren, die als Rettungsweg dienen. Schnell, professionell und normgerecht. Unsere Mitarbeiter montieren tausende Rauchwarnmelder jährlich. Jede Montage beinhaltet die sofortige Inbetriebnahme und endet erst nach der Übergabe der Mieterinfo. Einer kleinen Broschüre, die ihre Mieter über die Funktionsweise eines Rauchwarnmelders aufklärt. Zudem steht allen Mietern von Wohnungen, die mit Minol-Rauchwarnmeldern ausgestattet sind, bei Störanfragen unsere 24-Stunden-Hotline-Beraten zur Verfügung. Alle Wartungstermine werden von Minol koordiniert, geplant und jährlich durchgeführt. Die Wartung erfolgt nach DIN 14676 und wird von Minol rechtssicher dokumentiert. Vermieter und Verwalter koennen den Status der Funktionspruefung jederzeit ueber einen persoenlichen Portalzugang online abfragen. Ob als Pflicht oder freiwillig, Rauchwarnmelder koennen Leben retten. Wenn sie richtig montiert und zuverlaessig gewartet sind. Vertrauen Sie auf die Profis. Vertrauen Sie auf Minol.